Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man solche Walnüsse eigentlich richtig knacken kann, damit diese einfach nicht in tausend einzelnen Teile zerspringen. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal brauchen wir hier unsere Walnuss und vor allem auch ein relativ stumpfes Tafelmesser, wie hier jetzt. Und dann schauen wir uns einmal die Nuss etwas genauer an. Diese besteht nämlich hier oben aus einer kleinen Spitze, die einfach etwas härter ist. Und hier auf der Unterseite haben wir so einen kleinen Spalt, den wir hier jetzt relativ gut sehen können. Und dieser ist einfach etwas weicher. In diesen Spalt hier unten gehe ich jetzt mit meinem Messer hinein, weil wie gesagt, das ist ja relativ weich. Hier kommt man auch recht gut schon rein und dann einfach mal das Messer etwas seitlich drehen. Bei mir hat es jetzt nicht geknackt, normalerweise knackt es dann immer. Und schon können wir nämlich die Walnuss auch schon hier schön aufmachen und sie ist nicht zerbrochen. Wenn die Schale geknackt ist, können wir unsere Walnuss hier auch schon schön herausnehmen. Wie du es sehen kannst, wir können es wirklich im Ganzen entfernen, so wie wir es natürlich auch haben wollten. Der Trick mit dem Tafelmesser funktioniert bei etwa 90% aller Walnüsse. Doch wenn diese vielleicht etwas kleiner und vor allem auch härter ist, dann können wir mit dem Tafelmesser das Ganze nicht öffnen. Und hier sollten wir einfach mal mit einem flachen Schraubendreher oder auch mit einem spitzen, scharfen Messer probieren, hier hinten reinzukommen. Wichtig dabei ist natürlich auch zu sagen, dass es mit einem spitzen Messer oder mit so einem Schraubendreher um einiges gefährlicher ist. Und hier muss man natürlich auch viel mehr aufpassen, um die Walnuss jetzt zu knacken. Das haben wir jetzt auch schon geschafft. Wenn du dir für zu Hause jetzt aber doch lieber einen hochwertigen Nussknacker oder solche Walnüsse hier schon ohne Schale zulegen möchtest, dann kann ich dir hier für Amazon empfehlen. Denn hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zum relativ günstigen Preis. Und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in deinem Fachgeschäft Hilfe fahren. Wenn du dir also eins von diesen Untersiedeln hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.